Wer wartet mit Besonnenheit, der Rüppel ruht zur rechten Zeit, nun das Warten hat einen Glück, leid euer... Hallo, guten Abend, ich bin jetzt der Just Cause 2, und das heißt, ich kann dir, mein Lieber, zu Hilfe leihen, der will mir helfen, ich bin Sebastian, grüß Sebastian. Hallo, ich werde es hier zocken, und genau sagt, ich werde mehr darüber reden als der Drago, denn Drago muss sowieso gleich gehen, dann musst du deine Dragen besprechen, um Geld, Drago. Ja, nein, ich kann mich sagen, deswegen sag ich schon mal, tschüss, abonniert auf jeden Fall den Kanal, bis zum später. Das war, das war die Antwort von, von den lieben Drago. Also, ich würde sagen, wir fahren schon mal los, ich werde aber mehr Action hier drin machen und werde sagen, was ich auf meinem Kanal mache. Also, nochmal herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich werde hier Horrorspiele spielen, oder was, nicht öfter, sondern eher so Action-Spiele, Strategie-Spiele, was halt, was ich alles habe. Und ich werde eigentlich noch mehr, ähm, weniger Tutorial machen und eigentlich noch mehr Together-Spiele machen, ich bin ja eher einer, der Together-Spiele macht, der hat den scheiß Felsen drin gemacht. Ähm, weil ich mag ja mit Freunden zocken als alleine, deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele ja noch mit deinem Freund, der hat sich auch in YouTube angemeldet. Er heißt Marvin, äh, Marvin LP und, äh, und ich werde sogar auch noch einen Link zu seinem Kanal, zu, Kanal verlinken. Also, grüß dich Marvin, du siehst, wie du siehst. Und ich werde auch sagen, was wir alles hier machen, verpiss dich, verpiss dich. Ich meine jetzt nicht euch, sondern diesen kleinen Penner hier. Und ich, wie gesagt, ich mache hier das Horrorspiele, ich spiele gerne mit Freunden, also ich werde da wahrscheinlich noch mit meinen Freunden den Gaby's Mod noch aufnehmen. Und ich werde da, ich werde noch, äh, vielleicht mache ich da noch einen, na, der ist mit meinem Arsch, ich glaube. Halt die Klappe da hinten! Ich werde da noch, äh, Minecraft-Mods aufnehmen, also Mod-Vorstellungen. Und dann werde ich noch ein paar witzige Videos noch hinzufügen, hoffentlich. Ich muss mal schauen, wie ich das noch mache. Und, ja, was soll ich eigentlich noch dazu sagen? Ich bin eigentlich noch ein Anfänger. Ich habe schon viele Videos gemacht, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht so vieles anschauen. Weil es darum liegt, dass ich wohl noch schlecht bin, schlechter als, schlechter als ich gedacht habe, bin. Deswegen werde ich noch sagen, dass ich noch Just Cause 2 noch aufnehme, weil es das, was ich hier gerade zocke. Und ich nehme jetzt gerade, ich nehme jetzt mal kurz, äh, ein anderes Auto, weil es jetzt, weil diese Karre total Schrott ist. Und, und werde da, echt mal, ähm, hä, ich werde, ich werde, was werde ich denn noch aufnehmen? Ich werde dann noch wahrscheinlich Overlord 2 noch aufnehmen. Im ersten Teil geht nicht mehr bei mir. Battlefield 4, online werde ich noch mit meinen Freunden noch zocken. Ich hoffe, ihr schaltet immer, mein, also nicht immer, aber zwischendurch in meinen Kanal und schaut mal, was ich für Videos hochlade. Ich hoffe, dass, ihr schaut meine Videos gerne an, wie ich mich zum Beispiel bei Five Nights und Fairness 2 erschrecke. Oder, wie ich zum Beispiel in Battlefield 4 mich aufregen werde, weil es so extrem lagst. Oder, warum, warum ich, warum, hä, warum, wie mich Gegner töten und ich werde mich total ausrasten. Und, uh, Motorrad. Äh, ja, erstmal ein Thema bringen, ähm. Fuck you. Ähm, was werde ich denn noch machen? Ähm, äh, eigentlich mehr nichts, aber wahrscheinlich noch mehr ein Gameshot. Autsch. Na gut, ich gehe weiter mit, mit meinen, ähm, Fallschirm. Der, ich werde noch was über Just Cause 2 sagen. Das ist ein Action-Spiel, wo man, wo man hier mit diesen Haken hier rumschleudern kann. Da kann man zum Beispiel hier, hier eine, mit dem Auto reinhaken, da wird man sofort hingeschleudert. Und man kann die Leute hier ranziehen, sie aufhängen lassen und man kann witzige Sachen damit noch anfangen. Ich bin zum Beispiel, kann ich noch, kann ich noch machen, wenn ich hier ein gutes Auto finde. Da, ich nehme jetzt einfach mal, uh, das, das, das ist besser. Ich bin einfach hier mal draufgegangen, hab ich mal gewartet, bis die Karte noch schneller gefahren ist. Und hab dann immer die Leute hier irgendwo angekettet. Na. Schnauze da unten. Genau, und dann sind die mal, manche sind immer so lustig weggeflogen. Aber, naja, das werde ich weniger, immer, das werde ich weniger machen, natürlich. Ups, oder? Ähm, das war's eigentlich schon bei meiner, dieses, das war schon die Einführung über mein, über meinen Kanal. Ich hoffe, ihr schaltet, ihr schaltet hoffentlich bei meinen Videos rein. Wir sehen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis rein. Äh, reingehauen. Tschüss. Äh, äh, versaut. Naja, ich würd dann sagen, wir sehen uns in irgendeiner Folge, die ich hochladen werde. Autsch. Naja.